Herzlich Willkommen bei Maren Giltzer TV. Heute ist der letzte Tag meines Synchronseminars. Heute kriege ich mein Zertifikat. Jetzt haben wir gerade ein kleines Päuschen und ich stehe hier im Hof mit meinen Mitschülern zusammen und ja, der Tag neigt sich dem Ende und da müssen wir uns alle trennen und wir hoffen alle, dass wir ganz, ganz tolle, gut beschäftigte Synchronsprecher anschließend werden. Und hier ist es, mein Zertifikat.